Hallo, schön, dass ihr bitte da seid. Wir spielen weiter und versuchen unser Kind zu finden. Das Kind für das wir bestimmt sind. Ich weiß jetzt nur nicht. Ich warte mal, muss ich hineinklicken? Muss ich ein Spiel tricke, weil ich auf Affen anstattet habe. Okay, eine Malchhönsche komme ich nicht weiter, das kann ich noch nicht retten. Ihr erinnert euch vielleicht in der letzten Folge daran, ob ich überhaupt weiterkomme. Ich möchte aber jetzt, ich möchte schon das Kind finden und jetzt nicht hier irgendwo aufgeben. Aufgeben ist keine Funktion, niemals im Leben nimmer. Ist oftmals schwer, nicht aufzugehen, aber wenn man dann irgendeinen gewissen Lebensbereich geschafft hat, man ist ja nur stolz auf sich selbst und es ist einfach immer schön, was erreicht zu haben. Das kennt ihr alle. Deswegen niemals aufgeben. Geht euren Weg. Geht gerade raus. Lasst euch nicht verbiegen. So, jetzt bin ich wieder an diesem Maisknödel. Und wir haben absolut kein blasser Schimmer. Wenn ich da vorbeikommen soll. Gibt es noch irgendwo ein Geschenk in dem Level? Oder kann ich dieses Trauerbandeis sammeln? Ich glaube nicht, dass wir drüber kommen. Ich probiere es nochmal. Aber ich hätte nicht viel Hoffnung. So hieß ja das Kapitel. Grün Hoffnung. Stimmt, grün ist die Hoffnung. Im Moment ist es nicht gerade so meine Farbe. Aber dann ruft den Rest nicht mehr ein. Aber die Hoffnung ist definitiv grün. Schon jahrhundertelang. Das gibt es auch nicht. Oder? Aber das... Ich dachte, die blauer blau ist. Das war mir ganz neu. Weil für mich ist die eigentlich eher... Spannend. Oh Leute, das gibt es nicht, oder? Irgendwas jetzt, du musst... Ne, das kann nicht sein. Irgendwas habe ich vorher vergessen. Ich muss nochmal... Vielleicht ist noch mal irgendeine Geschenke erinnern. Irgendeine letzte Folge habe ich auch noch ins Ei gesammelt. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie dieses Trauerband abhängen. Ich gehe zurück. Irgendwas habe ich übersehe. Du schimmst rumschiert. Scheinbar nicht weiter. War ja im ersten Kapitel auch so. So sitzt das Eichhörnchen. Hallöchen. Ich verstehe nicht. Spring doch einfach von Arsch zu Arsch. Und wieso? Bist du eigentlich im Winter hier draußen? Würden die nicht Winter schlafen, Eichhörnchen? Oder bin ich jetzt... Bin ich jetzt letzt? Doch, oder? Ja. Warum das Eichhörnchen nicht? So, ich meine. Ist nicht sonderlich warm in der Gegend dort, ne? Immer noch ein Fragezeichen. Ich verstehe es nicht. Ja? Fragezeichen. Kann ich Ihnen da agieren? Wo habe ich ein Geschenk übersehen? Okay. Gerade Motto fand das Kapitel. Ich komme nicht mit zurück. Okay. Ich habe irgendwo irgendetwas übersehen. Da ist dieses Trauerband. Geband. Aber es sieht halt nur traurig aus. Es. Ich bin garantiert irgendwo Geschenk, wo ich gar nicht... Weil ich viel zu faul war, zu rufst und gedacht habe, das mache ich nicht. Häng doch irgendwo noch ein Geschenk. Du na, Keide. Ah, ich wollte mich ja anstrengen, deutlicher zu sprechen, gell? Mit so viel Dialekt. Das kann ich nicht einfach. Ah, ich wünsche. Hallo? Würdest du dich mal hier wegbewegen? Das gibt's doch nicht. Guck mal. Ups. Lebst du noch? Irgendwo muss doch was sein, was ich übers her... Jetzt bin ich wie ein Nennemeißeknödel, ne? Ah, ne, ist noch ein Level. Ist noch so platt. Ups. Kann ich irgendwo interagieren? Ich verstehe gerade echt mit, was ich tun soll. Eideraus, Eideraus, Eideraus. I don't know. Was willst du von mir spielen? Vielleicht. Hey, vielleicht muss ich auch von der anderen Seite. Das kann jetzt sein. Ich probier's, aber eigentlich im Look. Flammy, du Jump-and-One-Künstlerin. Wenn du das siehst. Ich will keine Lachen des Smiles in den Kommentaren sehen. Lösche ich. Ich sag das gleich. Ich lösche das. Ich mach das. Es ist eiskalt. So erscheinen sie mal schon ohne. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht. Sie spielt Clans vs. So. So ist sie hier übrigens mittlerweile ein Zuck. So, ich hupf's jetzt mal. Vielleicht. Wenn ich von der Seite hoch spring. Geht nicht, ne? Wenn ich den Schneeball. Ich versteh jetzt echt nicht, wie ich da weiterkomme. Leute, seid mir nicht böse. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Was muss ich tun? Ich hab jetzt kein Geschenk mehr überseh. Also ich seh nur kein's mehr. Außer es ist irgendwo im Schnee vergraben. Und ich brauch einen Spate. Zum Rausholen. Ich hab jetzt noch Kohle. Übrigens, die Bären halten übrigens auch in der Schlaf. Warum der durfte echt so rum hüpfen? Ist danach eher unrealistisch. Aber es ist dennoch ein schön gestaltetes Spiel. Und ihr wisst, ich mag solche Gestalten. Ich lieb's einfach. Aber so hat jeder seine Vorzüge. Und das ist auch gut so. Wär schlimm, wenn wir alle das gleiche spielen würden und wollen würden. Wär auch nicht gut, ne? Ich mag's bei euch zuzusehen. Es gibt viele Spiele, die ich bei euch gerne verfolge. Am liebsten sind wir Storygames. Mit so ein bisschen... Einer arfspruchsvollere Story-Mole. Einfach witzig zum Abschalten. Ich check's nicht. Vielleicht genießt ihr euch auch grad, mich leider zu sehen. Hm. Manchmal genieße ich's auch. Andere Leiden zu sehen. Dann schicke ich dann erstmal der E oder andere Zombie in den Stream. Grüße gehen raus. Macht mir immer wieder Spaß. Aber ja, beim Zusehen. Wenn das Klima dann leidet, ist das ja immer noch einmal was anderes, ne? Okay, hier bleibt das stehen. Du musst aber genau den Knödel trennen. Dass der stehen bleibt. Halleluja. Boah. Und der Maiseknödel hat das Gewicht des Bern. Interessant. Kann ich ein Stück nehmen? Ahn auf. Jetzt, jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Was lange wird, wird endlich gut. Ich hab's gecheckt. Wie ich allerdings rüberkomme, ist hier nicht froh. Was ist das? Okay. Drinnen und Triton. Drinnen und Triton. Drinnen und Triton. Hm. Drei. Da, nein. Richtig grinsen. Alexa in den Trab. Hm. Du bleibst... Ach, guck. Das muss ich wohl nur gleich nicht bewahren. Hm. Hm. Plamier untersteht ich. Ich weiß, was denkst du, wenn's siehst. So. Trink mir die Daumen fest. Ich springe so weit ich kann. Yes. Und ich dachte die ganze Zeit, ich hab was vergessen. Nee, ich war nur jetzt doof zum Springer. Jetzt geh mal mit den Oberen. Ohne Kurkuma später. Ohne Kurkuma später. Okay. Wo hat jemand einen Törnebaum gefällt? Wie soll ich jetzt so drüber machen? Oh, guck. Oh, wo ist es? Okay. Ui. Was ist noch, Mo? Ich dachte, ich spiele nett. Warte, Mo. Kann ich noch das? Das reicht mir aber nicht. Warte, Mo. Kann ich noch das? Was? In die Spinnennetten hineinspringen. Um dann hochzukommen. Oder? Ich kann nicht interagieren. Okay. Was bringt mir's jetzt, den Schnee von dem Baum zu schütteln? Für alle Dinge, wenn du da auch ein bisschen sicher kannst, wo das Spinnennetz ist, das muss man sich ja dann auch noch einprägen. So ist es. Wow. Ich brauch kurz einen Schluck. Ist aber kein Schnapps drin. Klingt jetzt jeder Sache, gell? Warte. Mh. 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 oft nicht so kann man sich nicht anstimmen oder er will so bin es es ist zu hoch alles schlimme ist du treffst es so gar nicht ich versuche was anderes ach nee weißt du du beerdigt so jemand mit dem band hängen geblieben der schwan will das band es ist ein schwan ist es so die bleiben ein paar ein leben lang und die akzeptieren dann auch kein anderes paar ich kann jetzt nicht erkennen ob der schwan männlich oder weiblich ist aber ich muss vorher an das geschenk bekommen männlich oder weiblich ist aber wenn der lebenspartner stirbt dann ist es so den finden wir neu erneut ist es einfach so ich vermute dass die schwänin oder der spahn verstorbe ist und zieht gerne das anden gehörte er die achten mal kann ich jetzt so schwer erkennen ok ich versuche das jetzt noch mal und wo wird jetzt welches level trauer wenn ich wirklich kurz pause und melde mich wenn ich es geschafft habe dass die aufnahme nicht so lang geht aber mal sind erst mal 13 minuten aha ok wo ist aber schwer weil julia kann ich einen controller nehmen und er sagt mir controller wäre vielleicht elberer das muss schon genau treffen das geht nicht das funktioniert nicht mehr wie springen kann ich halt nun mal nicht und doppel springen gibt es nicht ich rufe gleich flammen mit ne mache ich nicht wie sagte ich ja ich in der letzten folge war es war heute ausgeben ist keine option wir brauchen die jüten wir sind selbst groß ne ausgesprochen und geschafft so jetzt muss ich darf ich noch nicht abstimmen und dann hole ich der schwenin den spahn ich habe nichts gesagt ich war sehr leise dabei ich kann es nicht fassen ich kann es nicht fassen konzentration okay zurück wir holen den trauerflor wenn ich abstürze geht es schneller oder genau dankeschön musste ich mir über die meise gnödel aber später wahrscheinlich das ist ja auch interessant man muss erstmal alle blätter alle bilder buchseite durch blätter bis man dann der anfang an der anfang wieder zurück kann und zurück aber nun gut nicht so klein mitnehmen können ich hätte es auch mitgenommen direkt sehr gut kann ich mich dort rufsetzen geht es dann einfach hey Schlitter wir können doch einfach fachen zusammen oder geht das nicht muss ich das Eichhörnchen auch noch mitnehmen oder besiegt so einfach nur jetzt kann ich nur über die meise gnödel sprenger schön wäre es so wenn der schlitte am absturz hindern würde oder nicht schlecht wenn die bär du musst einiges mit mir durchstehen hier du machst aber tapfer mit finde ich klasse ich bin jetzt wieder zu voreilig ich will jetzt schnell ans ziel kommen ich will schnell den Schwan trösten dass ich wieder zu voreilig bin das ist ein Problem von mir manchmal kann es nicht schnell genug gehen aber ja ich glaube bisher die Frau so an sich ist einfach so ich sag mal jetzt einfach das ist so ich war so froh als ich darüber war ja okay aber wir wissen ja jetzt so wenig schmuggels geht es nennt man Kramer wir wissen wie es geht und spuckt was weg die Klaviermusik ist übrigens übrigens brüchelt ne finde ich schön es ist klar wir müssen warte mal so so okay irgendwo da ist es dann braucht man es dann auch wenn man sich umfricht weil man grad wieder abschließt ich bin nicht sprung ich hab irgendwie vergessen die leert 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 Farbe hinzu. Das finde ich cool gemacht. Finde ich echt schön gemacht. Ich kann nicht so schön malen und zeichnen. Okay. Die Hälfte geschafft. Gut. Jetzt sind wir 8,20 Minuten. In der nächsten Folge werde ich den Gewinner bekannt geben. Seid gespannt. Noch habt ihr die Chance beim ersten Teil. Noch mitzumachen. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen, fürs Begleiten, mit Fiebern, Auslachen, was auch immer. Und bis dahin. Ciao.